Endlich gibt es auch ein Video zum Sportbootführerschein Binnen und zwar starte ich mit der Lichterführung und den Tagsignalen. Also wenn du gerade dabei bist, die Lichterführung und Tagsignale für die Sportbootführerschein-Binnenprüfung zu lernen und du da noch ein bisschen genauer verstehen willst, wie das System dahinter aufgebaut ist, dann bleib dran, denn in diesem Video habe ich dir ein Übungsblatt vorbereitet, was du während dem Schauen von dem Video ausfüllen kannst und das dir hoffentlich eine bessere Übersicht bringt. Und auch ganz am Ende gehe ich nochmal auf die Differenzen in der Lichterführung und Tagsignale zwischen Binnen und Sehbereich an. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Hi, ich bin Joe von Wir sehen mehr und ganz viele haben sich ja schon Videos zum Sportbootführerschein Binnen gewünscht und jetzt endlich geht es los damit. Und zwar habe ich mir als erstes das Thema Lichterführung und Tagsignale ausgesucht, da auch schon das Video zur Lichterführung und Tagsignale für den Sportbootführerschein sehe, glaube ich eins der meistgesehenen Videos auf dem Kanal ist und von daher hoffe ich, dass ich mit diesem Video euch auch den Start ins Lernen für den Sportbootführerschein Binnen stark erleichtern kann. Ich gehe mit euch in dem Video sämtliche Fragen zum Thema Lichterführung und Tagsignale durch und stelle euch die Systematik dahinter vor. Ich habe das Video ähnlich aufgebaut, wie das Video zur Lichterführung sehe. Ich habe euch nämlich ein kleines Übungsblatt gemacht, das verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Das könnt ihr euch entweder runterladen, ausdrucken oder auf dem Tablet bearbeiten und ich habe euch da unten auch direkt dann eine Musterlösung dazu verlinkt. Und das ist so gedacht, ihr guckt euch das Video an und könnt dann gleichzeitig dieses Übungsblatt bearbeiten beziehungsweise die Lichter eintragen. Was ihr dazu braucht, außer dem ausgedruckten Blatt, sind fünf Buntstifte oder solche Feinliner und zwar in den Farben Rot, Grün, Gelb, Blau und dann am besten einen Grauton. Den braucht ihr, um weißes Licht auf dem weißen Papier am besten darstellen zu können. Also wenn ihr das Übungsblatt habt und die Stifte, dann seid ihr am besten vorbereitet, das Video anzuschauen. Ihr könnt natürlich auch einfach das Video so anschauen. Das erklärt auch sämtliche Fragen, ohne dass ihr dieses Übungsblatt macht. Also das ist einfach für euch dazu da, damit ihr euch die Systematik dahinter ein bisschen besser einprägen könnt, indem ihr einfach mal selber die Sachen aufschreibt und markiert. Wenn ihr bisher noch nicht so viel mit dem Thema Lichterführung und Tagsignale für die Sportbootführerscheine zu tun hattet, dann empfehle ich euch auch trotzdem, auch wenn ihr nur den Sportbootführerschein Binnen machen möchtet, dass ihr euch das Video, was ich euch hier verlinke, was ich zum Thema Lichterführung für den Sportbootführerschein sehr gemacht habe, einfach mal anschaut. Ihr müsst das ja nicht komplett anschauen. Ihr könnt dann auch die Fragen, die dort spezifisch für den Sportbootführerschein sehr sind, einfach überspringen. Aber da mache ich ein paar einleitende Erklärungen zu den verschiedenen Lichtern, zu den verschiedenen Formen der Tagsignale. Das wiederhole ich jetzt hier nicht nochmal. Viele Leute machen ja erstmal den Sportbootführerschein sehr und dann quasi nur durch eine zusätzliche Theorieprüfung dann den Sportbootführerschein Binnen, um sich da eine Praxisprüfung zu sparen. Und deswegen ist das so ein bisschen die Reihenfolge, wie ich sie auch hier auf dem Kanal verfolgt habe. Aber dieses Video enthält sämtliche Fragen zum Thema Lichterführung und Tagsignale für den Sportbootführerschein Binnen. Nur ein paar zusätzliche Erklärungen, einleitende Erklärungen habe ich in dem anderen Video gemacht. Ganz viele haben mich auch gefragt, was denn da so die Unterschiede sind. Sie hätten da gehört, es gibt bestimmte Unterschiede zwischen der, vor allem in der Lichterführung zwischen See- und Binnenbereich. Und dazu komme ich dann auch am Ende nochmal zu, da habe ich eine kleine Übersicht gemacht, über die größten Verwechsler. Ich habe auch, werdet ihr schon gemerkt haben, das Tafelbild oder die Art, das Tafelbild zu machen, ein bisschen geändert. Da es dazu auch einige Anmerkungen in den Kommentaren gab, dass ich manchmal halt mitten vor dem Tafelbild stehe und man das nicht sehen kann, mir manchmal auch dann beim Schneiden bestimmte Fehler aufgefallen sind im Tafelbild, die ich dann zwar in den Kommentaren immer richtig gestellt habe, aber mich dann doch auch immer geärgert haben. Und deswegen probiere ich das Tafelbild jetzt immer digital vorzubereiten und dann hier über das Video zu legen. Schreibt mir dazu auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet, ob ihr das besser findet oder nicht. Allgemein freut es mich immer, wenn ihr den Kanal abonniert, kommentiert und auch aufs Glöckchen drückt. Dann kriegt ihr immer mit, wenn ich ein neues Video hochlade und auch andere kriegen dann schneller dieses Video angezeigt. Wenn ihr das nützlich findet, dann macht das doch gerne. Also jetzt starten wir mit dem Thema Lichterführung für den Sportboot-Führerschein Binnen. So, ihr habt euch hoffentlich das Übungsblatt aus der Videobeschreibung entweder ausgedruckt oder aufs Tablet geholt. Dann fangen wir an. Zur groben Übersicht, was gucken wir uns jetzt in dem Video genau an? Wir gehen erstmal auf eine grundlegende Definition ein und zwar die Definition von Fahrzeugen bzw. der neuen Definition im Binnenbereich von Kleinfahrzeugen. Da gibt es nämlich so eine Gruppentrennung, die wichtig ist auch für die Ausweichregeln, aber auch für die Lichterführung. Wir schauen uns dann die Lichterführung, Tagsignale von ankernden und stillliegenden Schiffen an, von Schleppverbänden, Schubverbände. Schubverbände gibt es jetzt im Binnenbereich auch, das gab es im Seebereich so nicht. Dann Fahrzeuge, die gefährliche Güter transportieren. Das ist auch was, was es nur so im Binnenbereich gibt. Schwimmende Geräte, dann einen kleinen Teil zu Fähren und dann noch sonstige Fahrzeuge, wo auch sogenannte Vorrangfahrzeuge oder Fahrzeuge, die gerne an Steuerbord begegnen möchten, vorkommen. Soweit zur Übersicht und ich wiederhole nochmal hier kurz den Aufbau von den Positionslichtern. Also die Positionslichter dienen vor allem dazu, kenntlich zu machen, um was für ein Fahrzeug es sich handelt und grob zu ermöglichen, in welche Richtung es fährt. Ob es auf einen zukommt, ob es einen kreuzt und dazu gibt es die Positionslichter, die in verschiedene Sektoren eingeteilt sind. Und zwar gibt es das rote Backbordseitenlicht, das grüne Steuerbordseitenlicht, jeweils einen Winkel von 112,5 Grad abdecken und in dem hinteren Bereich gibt es dann das sogenannte Hecklicht in weiß, das komplett einen Winkel von 135 Grad abdeckt. Dann gibt es noch ein sogenanntes Toplicht, das wird vor allem von Maschinenfahrzeugen, entweder ein einfacherer oder doppelter oder sogar mehrfacher Ausführung, je nachdem was es für ein konkretes Fahrzeug ist, geführt. Und das deckt den Bereich der Seitenlichter, also insgesamt 225 Grad, nochmal in weiß ab. Und dann gibt es natürlich noch, das habe ich jetzt hier nicht markiert, gibt es noch Rundumlichter, also Lichter, die aus allen Seiten sichtbar sind, die sind dann quasi durch so einen vollen Kreis in der jeweiligen Farbe gekennzeichnet. Wie eben schon kurz erwähnt, im Binnenbereich gibt es den Begriff der Kleinfahrzeuge, das sind generell Fahrzeuge unter 20 Meter und diese Fahrzeuge sind allen anderen Fahrzeugen ausweichpflichtig. Grob kann man das so verstehen, die Berufsschifffahrt, die gelten als, ich nenne das mal normale Fahrzeuge und der Berufsschifffahrt soll auf den etwas beengten Binnenschifffahrtsstraßen dort ein besonderes Recht eingeräumt werden, dass sie halt leichter dort durchfahren können und von den anderen Kleinfahrzeugen, unter die dann vor allem die Sportboote fallen, nicht behindert werden. Es gibt dann noch einige Fahrzeuge, die zwar kleiner als 20 Meter sind, aber nicht zu den Kleinfahrzeugen gehören, aber dazu gibt es keine expliziten Fragen für die Sportbootführerschein-Binnenprüfung und deswegen lasse ich das Thema auch erstmal hier raus. Wie schon erwähnt, die Kleinfahrzeuge sind den anderen Fahrzeugen ausweichpflichtig, untereinander weichen die dann nach dem KVR oder den Regeln der Binnenschifffahrtsstraßenordnung aus. Die Kleinfahrzeuge haben jetzt im Rahmen der Lichterführung bestimmte Erleichterungen, also ähnlich wie im Seebereich dort, auch unter bestimmten Größen, aber im Binnenbereich ist das quasi aufgeteilt zwischen Fahrzeuge und Kleinfahrzeuge und die Kleinfahrzeuge untereinander haben dann nochmal gewisse Erleichterungen in der Lichterführung. Jetzt kommen wir als erstes mal zu den Fahrzeugen, also die, die nicht Kleinfahrzeuge sind, also in der Regel die Berufsschifffahrt und ähnlich wie im Seebereich, nur ist hier auch schon ein kleiner Unterschied da, dürfen Fahrzeuge unter einer bestimmten Länge eine etwas vereinfachte Lichterführung fahren, also sie brauchen da nur ein Top-Licht im Vergleich zu längeren. Im Seebereich ist diese Grenze bei 50 Metern, im Binnenbereich ist sie allerdings bei 110 Metern. Also die Fahrzeuge über 110 Meter vor allem, die führen im Binnenbereich beide Seitenlichter, also an Backbord rot, Steuerbord grün, führen ein Hecklicht natürlich und führen dann allerdings zwei Top-Lichter hintereinander. Und die Vereinfachung, die dann hier eintritt, ist das für Fahrzeuge von weniger als 110 Metern Länge, führen diese weiterhin beide Seitenlichter. Allerdings brauchen sie nur noch ein Top-Licht zu führen. Und so sieht das Ganze von oben aus und nochmal zur Verdeutlichung, wie das Ganze von vorne aussehen würde, also wenn die Fahrzeuge direkt auf euch zukommen würden, dann hätte natürlich das Fahrzeug über 110 Metern Länge seine Seitenlichter und dann die beiden Top-Lichter übereinander, das hintere höher als das vordere. Und das Fahrzeug unter 110 Metern, das braucht dann nur noch ein Top-Licht führen zu den zwei Seitenlichtern. Das ist erstmal sehr ähnlich zum Seebereich, außer diese Vereinfachung bei Unterschreitung von einer bestimmten Länge. Und jetzt kommen wir zu den Kleinfahrzeugen, also welche Lichter Kleinfahrzeuge führen müssen, also Fahrzeuge unter 20 Metern. Und da unterscheiden wir jetzt einmal zwischen den Kleinfahrzeugen mit Maschinenantrieb und dann im Anschluss den Kleinfahrzeugen unter Segel und dann nochmal den Kleinfahrzeugen, die weder Maschinen noch Segelantrieb haben, also Ruderboote zum Beispiel. Die Kleinfahrzeuge mit Maschinenantrieb, die können auch die Lichter führen, wie eben die Fahrzeuge unter 110 Meter, also die beiden Seitenlichter und das Top-Licht und dann auch das Hecklicht. Was jetzt wichtig ist, ist, dass das Top-Licht mindestens einen Meter vor den Seitenlichtern geführt werden muss. Damit hat man dann so einen ähnlichen Effekt wie mit den unterschiedlich hohen Top-Lichtern bei den ganz langen Fahrzeugen, und dass man hier quasi auch schon besser erkennen kann, kommt es direkt auf mich zu oder kommt es in einem schrägen oder stumpferen Winkel auf mich zu. Die nächste Vereinfachung ist nun, dass Sie die Seitenlichter in der Zweifarbenlaterne am Bug führen dürfen, also die Seitenlichter vorne, dann dahinter das Top-Licht und dann das Hecklicht. Eine Bemerkung hierzu ist, dass jetzt, wenn die Lichter so geführt werden, muss das Top-Licht einen Meter höher sein. Also bei der ersten Variante dürfen die Seitenlichter und das Top-Licht auch auf einer Höhe sein. Hier gibt es quasi nur diese einen Meter Differenz nach achtern. Wenn man eine Zweifarbenlaterne führt und ein Top-Licht, dann muss das Top-Licht einen Meter höher sein. Und die letzte Vereinfachung wäre, dass die Kleinfahrzeuge die Zweifarbenlaterne am Bug führen und dann ein Rundumlicht anstatt des Top- und Hecklichts. Die decken ja auch einen Vollkreis ab und die dürfen dann auch in einer Laterne geführt werden. Jetzt kommen wir noch zu den Kleinfahrzeugen unter Segel. Und hier ist es genauso wie im Seebereich auch. Die führen alle das Top-Licht nicht, wenn sie keine Maschine benutzen. Das heißt, im allgemeinsten Fall dürfen sie eine Zweifarbenlaterne am Bug führen und ein Hecklicht. Oder sie dürfen eine Dreifarbenlaterne am Masttopf führen. Oder sie dürfen ein weißes Rundumlicht führen. Sollen dann aber bei Annäherung anderer Fahrzeuge zusätzlich mit einem zweiten Licht die Segel anleuchten. Und der Vollständigkeit hier erwähnt, das war jetzt quasi die Lichterführung bei Nacht. Am Tag würden ähnlich, würden genau wie im Seebereich auch die Segelboote, die unter Maschine fahren, den sogenannten Motorkegel in schwarz meistens irgendwo vorne hinter dem Vorstag oder so führen. Jetzt gibt es hier angesprochen noch die Boote, die weder Segelboote sind, noch Maschinenfahrzeuge, aber Kleinfahrzeuge sind. Also zum Beispiel Ruderboote, die vielleicht bei Nacht unterwegs sind. Oder Schlauchboote, mit denen du paddelst, aber die jetzt keinen Außenborder haben. Die führen dann in der Regel ein weißes Rundumlicht. So und dazu gibt es jetzt die ersten Fragen und zwar, welchen Sichtwinkel und welche Farben haben die vorgeschriebenen Lichter an Bord? Toplicht weiß, 225 Grad, Hecklicht 135 Grad weiß, Seitenlichter Backbord rot und Steuerbord grün jeweils 112,5 Grad. Genau wie im Seebereich auch. Was bedeuten diese Lichter, also zwei Toplichter und die Seitenlichter? Fahrzeug mit Maschinenantrieb länger als 110 Meter. Welche Lichter muss ein Kleinfahrzeug unter Motor führen, wenn es ein anderes Kleinfahrzeug ohne Maschinenantrieb schleppt? Lichter eines Kleinfahrzeugs mit Maschinenantrieb. Also wenn du als Sportbootfahrer zum Beispiel ein anderes Sportboot schleppst, dann führt das schleppende Boot nur die Lichter eines Kleinfahrzeugs unter Maschinenantrieb. Und jetzt noch die zweite Frage dazu, welche Lichter muss ein geschlepptes Kleinfahrzeug führen? Weißes Rundumlicht. Wenn du dann als Kleinfahrzeug geschleppt wirst, weil du zum Beispiel Maschinenschaden hast, Ruderschaden, dann führst du nur ein weißes Rundumlicht. Ein Kleinfahrzeug und der Segel fährt nachts auf einer Binnenschifffahrtsstraße und führt ein weißes Rundumlicht im Top. Wie wird zweckmäßigerweise die weiße Handlampe, die bei Annäherung anderer Fahrzeuge gezeigt werden muss, benutzt? Die eigenen Segel anleuchten. Das war auch ein Sonderfall, den ich eben schon beschrieben habe. Du darfst als Segler auch ein weißes Rundumlicht führen, aber sollst dann, wenn andere Fahrzeuge sich näher an deine Segel mit einer Lampe anleuchten. Ein Kleinfahrzeug und der Segel fährt nachts auf einer Binnenschifffahrtsstraße und führt ein weißes Rundumlicht im Top. Welche zusätzlichen Lichter müssen gezeigt werden, wenn der Motor angeworfen wird? Seitenlichter unmittelbar nebeneinander oder in einer einzigen Laterne. Ein Kleinfahrzeug und der Segel kreuzen nachts das Fahrwasser. An Backbord tauchen die nachstehenden Lichter eines Fahrzeuges auf, das in Spitzenwinkel den Kurs des Kleinfahrzeuges unter Segel kreuzen will. Was bedeuten diese Lichter? Kleinfahrzeug mit Maschinenantrieb. Ein Kleinfahrzeug unter Segel kreuzt nachts das Fahrwasser. An Backbord tauchen die nachstehenden Lichter eines Fahrzeuges auf, das in Spitzenwinkel den Kurs des Kleinfahrzeugs unter Segel kreuzen will. Wer ist ausweichpflichtig? Kleinfahrzeug mit Maschinenantrieb. Ein Kleinfahrzeug unter Segel und mit Maschinenantrieb kreuzt nachts Strom auf. Ein Fahrzeug kommt entgegen, das nur ein weißes Licht führt. Was bedeutet dieses Licht? Kleinfahrzeug ohne Maschinenantrieb. Also weißes Rundumlicht führt immer nur das Fahrzeug ohne Maschinenantrieb oder ein Segler, aber der müsste dann noch seine Segel anleuchten bei Annäherung durch ein anderes Fahrzeug. Ein Kleinfahrzeug unter Segel kreuzt nachts im Fahrwasser. Von acht an kommt ein Fahrzeug, das eine zweifarben Laterne und ein Top-Licht führt, was bedeuten diese Lichter? Kleinfahrzeug mit Maschinenantrieb. Welches Licht muss ein Kleinfahrzeug ohne Maschinenantrieb mindestens führen? Ein von allen Seiten sichtbares weißes Licht. So, wir kommen jetzt zu den Schleppverbänden. Und zwar reden wir jetzt bei den Schleppverbänden von Schleppverbänden, die aus Fahrzeugen, die nicht Kleinfahrzeuge sind, aufgebaut sind. Und zwar führt das schleppende Fahrzeug die beiden Seitenlichter und dann zwei Top-Lichter übereinander. Das ist ähnlich wie zum Seebereich für dort Schleppverbände von der Länge bis 200 Meter. Und auch ähnlich ist, dass sie ein gelbes Hecklicht führen. Im Seebereich führen sie zusätzlich noch ein weißes Hecklicht. Das ist ein kleiner Unterschied hier. Aber wichtig ist hier immer dieses gelbe Hecklicht. Sobald ihr ein gelbes Licht seht, dann wisst ihr, okay, hey, hier gibt es ein Schleppverband. Und das Wichtige ist hier, dass ihr dort dann aufpasst, weil das Gefährliche an so einem Schleppverband ist halt, dass Seile gespannt sind dann zum Anhang. Und da möglicherweise ein etwas größerer Abstand ist, sodass man eigentlich erstmal nicht sofort erkennt, dass dort was geschleppt wird. Und dieses Stahlseil, das sieht man halt nachts nicht oder besonders schlecht. Und das stellt eine sehr große Gefahr nachts dar. Und deswegen, sobald ihr dann ein gelbes Licht identifiziert nachts, dann sofort daran denkt, okay, Schleppverband hier aufpassen, dass man nicht irgendwie zwischen schleppendem Fahrzeug und Anhang aus Versehen durchfährt. Das ist das Wichtigste dabei. Und jetzt führen die Anhänge, je nachdem wie lang sie sind, wenn sie wiederum länger als 110 Meter sind, also die 110 kommen hier auch wieder vor, es geht dann nur um den Anhang, dann führen sie zwei weiße Rundumlichter und ein Anhang, der kleiner als 110 Meter ist, der führt nur ein Rundumlicht. Und der letzte Anhang, der führt dann auch ein weißes Hecklicht. Also Unterschiede vor allem bei den Anhängen im Vergleich zum Seebereich. Im Seebereich führen die Anhänge, Seitenlichter und Hecklicht. Im Binnenbereich dann Rundumlichter und das letzte Fahrzeug in Verband nur das Hecklicht. Und wenn ein einzelner Anhang länger als 110 Meter ist, dann führt er zwei weiße Rundumlichter. Ganz unterschiedlich ist es bei den Tagsignalen im Vergleich zum Seebereich. Hier führt das schleppende Fahrzeug einen gelben Zylinder, der oben und unten jeweils einen schwarzen Streifen hat. Und die Anhänge, die führen gelbe Bälle. Also im Seebereich werden ja hier die schwarzen Rumpen geführt. Das ist jetzt hier auch ein markanter Unterschied. Zu den Schleppverbänden gibt es folgende Fragen. Was bedeutet dieses Sichtzeichen? Schleppfahrzeug an der Spitze eines Schleppverbandes. Was bedeutet dieses Sichtzeichen? Fahrzeug eines Schleppverbandes. Welche Fahrzeuge in Fahrt führen nachts nur ein weißes Rundumlicht? Geschleppte oder längsseits gekuppelte Kleinfahrzeuge. So jetzt kommen wir zu den Schubverbänden. Die gab es im Seebereich so nicht. Das sind Fahrzeuge, wo das Fahrzeug, das unter Maschinenkraft fährt, nicht vorne ist, sondern hinten angekuppelt ist und die Schubleichter dann vor ihm befestigt sind und es von hinten schiebt. In der Regel gibt es da dann nicht so große Abstände zwischen den Fahrzeugen, sondern die sind dichter zusammen. Und hier verirrt erstmal der Schubverbänden über seine gesamte Breite die beiden Seitenlichter. Und das Schubfahrzeug, das führt nebeneinander drei weiße Hecklichter. Signalisiert dadurch also schon ein bisschen, dass es breiter ist in der Regel. Und dann führt das Fahrzeug an der Spitze des Schubverbandes drei Toplichter in einem Dreieck. Das sieht man gleich, wenn ich gleich mal die Lichter von vorne aufzeige am besten. Von oben könnte es auch so aussehen, dass sie einfach alle drei mehr oder weniger in einer Reihe nebeneinander sind. Aber von vorne gibt es da nochmal einen Höhenunterschied. Das kann ich am besten vielleicht jetzt parallel schon zeichnen. Also ich zeichne die beiden Seitenlichter ein. Und dann hier, wie gesagt, in einem Dreieck. Also ein weißes Toplicht weiter oben und dann zwei Toplichter niedriger, dass so ein Dreieck gebildet wird. Und wenn jetzt neben diesem führenden Fahrzeug noch ein weiteres Fahrzeug in so einem Päckchen daneben festgemacht ist, dann führt dieses auch nochmal ein weißes Toplicht. So, das heißt, sobald ihr seht, okay, es gibt dieses Dreieck an Toplichtern, wisst ihr, okay, hier handelt es sich um einen Schubverband. Und zu den Schubverbänden gibt es jetzt zwei folgende Fragen. Und zwar, was bedeuten diese Lichter? Schubverband von vorne. Welche Lichter führt ein Schubverband? Drei weiße Toplichter in einem Dreieck angebracht. Die Seitenlichter und drei weiße Hecklichter waagerecht nebeneinander. Jetzt kommen wir zu dem sogenannten schwimmenden Gerät. Also das können Arbeitsfahrzeuge sein, wie zum Beispiel Bagger, die arbeiten. Und die signalisieren einmal, dass sie halt ein arbeitendes Gerät sind. Und sie können dir auch signalisieren, ob es eine Seite gibt, an der sie nicht passiert werden sollen. Das ist ähnlich wie im Seebereich, aber nicht exakt gleich. Und zwar gibt es am Tag die Möglichkeit, dass sie entweder Flaggen führen oder Rompen und Bälle. Und die Rompen und Bälle auch farbig unterschiedlich sind. Im Seebereich sind die ja alles schwarz. Und nachts führen sie an den Seiten grüne oder rote Rundumlichter. Und die Farbcodierung, die ist eigentlich hier relativ intuitiv, finde ich. Grün heißt immer, es kann an der Seite passiert werden. Egal, ob es eine grün-weiß gestreifte Flagge ist oder ein grüner Rhombus oder ein grünes Rundumlicht nachts. Und rot heißt dann auch wieder, sowohl in der Form der Flagge als auch in der Form des roten Balls, als auch in der Form des roten Lichts, dass es dort nicht passiert werden soll. Und das Ganze sieht dann folgendermaßen aus. Also bei Tag kann das Schwimmelgerät also entweder diese grün-weißen Flaggen führen oder zwei grüne Rumpen übereinander oder nachts dann zwei grüne Rundumlichter. Und wenn es diese Lichter oder Tagsignale an beiden Seiten führt, heißt das, du kannst es an beiden Seiten passieren. Wenn du es jetzt an einer Seite nicht passieren sollst, dann wird dort entweder eine rot-weiß gestreifte Flagge und zwar dann auch um 90 Grad gedreht geführt. Die andere Seite wäre zum Beispiel dann immer noch passierbar. Und tagsüber wäre die Alternative, dass entweder ein roter Ball an der Seite, an der es nicht passiert werden soll, geführt wird. Und nachts wäre dort das rote Rundumlicht und weiterhin an der Seite, an der passiert werden darf. Die zwei grünen Rundumlichter übereinander zu führen. Auf der einen Seite Passage an beiden Seiten möglich, auf der anderen Seite Passage nur an einer Seite und dort dann quasi an der grünen markierten Seite möglich. Die Form der Tagsignale, wenn man jetzt die Flaggen mal rausnimmt, die sind genauso wie im Seebereich. Rumpen an der Seite, die passiert werden darf. Bälle an der Seite, die nicht passiert werden soll. Binnenbereich können die zusätzlich oder müssen die zusätzlich farblich markiert sein. Und die Lichterführung bei Nacht ist ähnlich. Dazu gibt es jetzt folgende Fragen. Was bedeuten diese Lichter? Schwimmendes Gerät bei der Arbeit, Vorbeifahrt an jeder Seite gestattet. Jetzt kommen wir nochmal zu den entsprechenden Fragen, an der die Vorbeifahrt nur an einer Seite gestattet ist. Und zwar, was bedeutet dieses Sichtzeichen? Schwimmendes Gerät bei der Arbeit, Vorbeifahrt an der grünen Seite gestattet, rote Seite gesperrt. Also in der Regel sind das dann auch arbeitende Fahrzeuge, die in Richtung einer Uferseite arbeiten. Und damit soll dann verhindert werden, dass quasi zwischen dem Fahrzeug und dem Ufer durchgefahren wird. Was bedeuten im Fahrwasser nachstehende Zeichen? Schwimmendes Gerät bei der Arbeit, Vorbeifahrt an der Seite mit dem grün-weiß-grünen Tafelzeichen gestattet, rot-weiß-rote Seite gesperrt. Was bedeuten diese Lichter? Schwimmendes Gerät bei der Arbeit, Vorbeifahrt an der grünen Seite gestattet, rote Seite gesperrt. Jetzt geht es weiter mit schwimmenden Geräten, allerdings mit dem Zusatz, dass dort auch Sog und Wellenschlag vermieden werden soll. Also dann du deine Geschwindigkeit bei der Vorbeifahrt verringern musst. Erstmal führen diese schwimmenden Geräte entweder am Tag diese Tafelzeichen oder Flaggen in rot und weiß und nachts entsprechend rote über weiße Rundumlichter. Und das bedeutet auch, dass du hier an beiden Seiten passieren darfst. Wenn es jetzt zum Beispiel ein Fahrzeug gibt, was sich an einer Uferseite festgefahren hat, aber an sich es noch so aussieht, als ob zwischen dem Fahrzeug und Ufer durchgefahren werden kann, aber das halt verhindert werden soll, Dann führt es folgende Zeichen und dann führt es nämlich an der Seite ein rotes Tafelzeichen, wo nicht vorbeigefahren werden soll und an der Seite, an der passiert werden darf, weiterhin das gleiche rot-weiße Tafelzeichen oder Flaggensignal. Und nachts führt es dann an der Seite, die nicht passiert werden darf, nur ein rotes Rundumlicht und an der anderen Seite weiterhin übereinander das rote über weiße Rundumlicht. Jetzt gibt es noch die sogenannte schutzbedürftige Anlage, dort soll auch Sog und Wellenschlag vermieden werden, deswegen hat es ein ähnliches Symbol, es soll allerdings auch möglichst weiter Abstand gehalten werden. Und das führt tagsüber eine rot-weiße Flagge oder Tafelzeichen und nachts Rundumlichter rot über weiß. Das kannst du dir also immer erstmal merken, sobald du rot über weiß oder dieses rot-weiße Tafel- oder Flaggenzeichen siehst, wo nur ein weißes und ein roter Bereich sichtbar sind, dann bedeutet das erstmal auf jeden Fall immer Sog und Wellenschlag vermeiden. Hast du das an beiden Seiten, dann ist es ein schwimmendes Gerät bei der Arbeit und es soll Sog und Wellenschlag vermieden werden. Siehst du das Ganze nur einmal, dann ist es eine schutzbedürftige Anlage. Und dazu gibt es jetzt genau folgende Fragen. Was bedeuten diese Sichtzeichen? Schwimmendes Gerät bei der Arbeit, Vorbeifahrt an jeder Seite gestattet, Sog und Wellenschlag vermeiden. Was bedeuten diese Lichter? Schwimmendes Gerät bei der Arbeit, Vorbeifahrt an jeder Seite gestattet, Sog und Wellenschlag vermeiden. Was bedeuten diese Sichtzeichen? Festgefahrenes oder gesunkenes Fahrzeug, Vorbeifahrt an der rot-weißen Seite gestattet, rote Seite gesperrt, Sog und Wellenschlag vermeiden. Was bedeuten diese Lichter? Festgefahrenes oder gesunkenes Fahrzeug, Vorbeifahrt an der rot-weißen Seite gestattet, rote Seite gesperrt, Sog und Wellenschlag vermeiden. Dann noch die zwei Fragen zur schutzbedürftigen Anlage oder Fahrzeug. Was bedeutet dieses Tag- und Nachtbezeichnung? Schutzbedürftiges Fahrzeug, Vorbeifahrt in möglichst weitem Abstand, Geschwindigkeit vermindern, Sog und Wellenschlag vermeiden. Was bedeuten nachts auf einer Binnenschifffahrtsstraße die nachstehenden Lichter? Sog und Wellenschlag vermeiden. Welche Bedeutung hat die Bezeichnung eines Fahrzeuges mit einer rot-weißen Flagge und was ist zu beachten? Schutzbedürftiges Fahrzeug, Geschwindigkeit vermindern und Sog und Wellenschlag vermeiden. Jetzt kommen wir zu den Fahrzeugen, die gefährliche Güter transportieren. Da gibt es drei verschiedene Arten von Fahrzeugen. Und zwar erstens die, die brennbare Stoffe transportieren, dann die, die gesundheitsschädliche Stoffe transportieren und dann die, die explosive Stoffe transportieren. Und wie man schon an den Beschreibungen merkt, wird das Transportgut immer ein Stückchen kritischer, würde ich mal sagen. Und so ähnlich ist auch die entsprechende Lichter- oder Tagssignalführung. Das ist alles gleich. Es kommt quasi immer nur ein Signal oder Licht hinzu. Und zwar führen diese Fahrzeuge blaue Lichter oder blaue Kegel mit der Spitze nach unten am Tag. Zusätzlich zu der Information, welche gefährlichen Güter diese Fahrzeuge führen, gibt es auch immer ein Gebot, einen Abstand einzuhalten. Und zwar ist bei den Fahrzeugen, die brennbare Stoffe enthalten, einen Abstand von 10 Meter einzuhalten, wenn sie still liegen. Bei den Fahrzeugen, die gesundheitsschädliche Stoffe transportieren, einen Mindestabstand von 50 Meter. Und bei den Fahrzeugen, die explosive Stoffe transportieren, sind 100 Meter beim still liegen an Abstand einzuhalten. Und zwar führt das Fahrzeug, das brennbare Stoffe transportieren kann, als Tagssignal einen blauen Kegel ungefähr irgendwo über dem Achterschiff. Und entsprechend dazu nachts ein blaues Rundumlicht. Das Fahrzeug, das gesundheitsschädliche Stoffe transportiert, das führt dann quasi, weil es eine Stufe gefährlichere Stoffe transportiert sozusagen, so kann man sich das merken, zwei blaue Kegel mit Spitze nach unten übereinander und in ähnlicher Form dazu nachts dann zwei blaue Rundumlichter übereinander. Und nun ist denke ich klar, das Fahrzeug, das mit den explosiven Stoffen die gefährlichsten Stoffe transportieren kann, das führt dann tagsüber drei Kegel mit der Spitze nach unten in der Farbe blau oder nachts drei blaue Rundumlichter übereinander. Also wichtig ist hier, dass ihr euch dazu auch die Abstände einprägt, wenn die Fahrzeuge still liegen, die ihr einhalten sollt, also 10, 50 oder 100 Meter. Und da gehen wir gleich die Fragen dazu durch. Was bedeutet auf einem Fahrzeug ein blaues Licht? Fahrzeug hat brennbare Stoffe geladen, Abstand beim still liegen 10 Meter. Was bedeutet dieses Sichtzeichen? Fahrzeug hat brennbare Stoffe geladen, Abstand beim still liegen 10 Meter. Was bedeuten auf einem Fahrzeug zwei blaue Lichter übereinander? Fahrzeug hat gesundheitsschädliche Stoffe geladen, Abstand beim still liegen 50 Meter. Was bedeutet dieses Sichtzeichen? Fahrzeug hat gesundheitsschädliche Stoffe geladen, Abstand beim still liegen 50 Meter. Was bedeuten auf einem Fahrzeug drei blaue Lichter übereinander? Fahrzeug hat explosive Stoffe geladen, Abstand beim still liegen 100 Meter. Und was bedeutet dieses Sichtzeichen? Fahrzeug hat explosive Stoffe geladen, Abstand beim still liegen 100 Meter. Jetzt kommen wir zu den Ankerligern oder stillliegenden Fahrzeuge und zwar führen die, vor allem die Ankerliga, ähnlich wie im Seebereich, nachts ein weißes Rundumlicht und tagsüber gibt es da erstmal kein besonderes Sichtzeichen. Was es nun im Binnenbereich zusätzlich gibt, ist, wenn ein Fahrzeug einen Anker ausbringt Richtung Fahrwasser, also zum Beispiel an der Seite am Ufer irgendwie festgemacht ist, aber aus zusätzlichen Stabilisierungsgründen noch einen Anker Richtung Fahrwasser ausgebracht hat, der die Schifffahrt behindern kann, dann muss er diesen kenntlich machen. Und das macht er tagsüber durch einen sogenannten gelben Döpper, also das ist quasi so eine Tropfenform, die an seinem Anker dann festgemacht ist und einfach über dem Anker an der Wasseroberfläche gleitet und nachts bringt er an der Fahrwasserseite zwei weiße Rundumlichter übereinander aus. Da sind dann die Rundumlichter nicht beim Anker, aber halt signalisieren dadurch, dass zwei übereinander sind, dass hier ein Anker ausgebracht wurde, der die Schifffahrt behindern kann. Dazu jetzt folgende Fragen. Welches Licht setzt ein stillliegendes Fahrzeug? Ein von allen Seiten sichtbares weißes Rundumlicht auf der Fahrwasserseite. Wie sind Anker am Tage bezeichnet, die die Schifffahrt behindern können? Mit einem gelben Döpper. Was bedeuten auf einem stillliegenden Fahrzeug zwei weiße Lichter übereinander? Ein Ankerlieger, dessen Anker die Schifffahrt gefährden kann. Jetzt kommen wir noch zu ein paar weiteren Fahrzeugen. Da gibt es jetzt keine weitere durchgehende Logik, die man verstehen kann. Das sind einfach Einzelsignale, die man für sich kennen muss. Ein Fahrzeug ist die Fähre, die entweder freifahrend sein kann oder nicht freifahrend sein kann. Nicht freifahrend heißt dann, dass sie zum Beispiel an einem Seil, was dann über einen Fluss gespannt ist, das Seil liegt dann quasi am Boden oder im Wasser, daran entlang rüberfährt. Also quasi nicht mit einem Ruder seinen Kurs bestimmt, sondern anhand dieses Seils rüberfährt. Da gibt es die Unterscheidung zwischen freifahrend und nicht freifahrend. Und was hier ein bisschen zu Verwirrung führen kann, gerade wenn man zum Beispiel für ein Sportbootführerschein See und Binnen gleichzeitig lernt, sind das auch die Lichter, die auf See enttrollendes Fahrzeug enttrollender Fischer führen würde. Und zwar führt die freifahrende Fähre grün über weiß, genauso wie auch die nicht freifahrende Fähre. Allerdings, die freifahrende Fähre führt zusätzlich dann die beiden Seitenlichter in grün und rot. Also das ist wichtig, wenn ihr hier gleichzeitig für Sportbootführerschein See und Binnen am Lernen seid, dann seid euch bewusst, dass diese Lichter gleich sind, aber in den beiden Geltungsbereichen unterschiedliche Bedeutungen haben. See ist grün über weiß und Fischer so ein Scheiß. So eine schöne Eselsbrücke oder Merksatz habe ich leider für die Fähre, für die das dann im Binnenbereich gilt, nicht. Jetzt gibt es nochmal drei weitere Fahrzeuge und zwar einmal das Fahrzeug, das eine Begegnung an Steuerbord anzeigt, dann ein Fahrzeug unter dem Taucher sind und dann noch ein sogenanntes Vorrangschiff, zum Beispiel das Vorrang beim Schleusen genießt. Diese drei Fahrzeuge haben alle ein unterschiedliches Tagssignal, allerdings hat nur das Fahrzeug, das an Steuerbord begegnen möchte, auch ein explizites Licht bei Nacht. Bei den anderen Fahrzeugen soll der Taucher nachts seine Flagge anleuchten und das Vorrangfahrzeug, das hat kein besonderes Signal bei Nacht. Fangen wir mit dem Fahrzeug mit Begegnung an Steuerbord an und vielleicht hier nochmal eine kleine Erläuterung dazu, was das denn konkret bedeutet. In der Regel würden zwei Fahrzeuge ja immer an ihrem jeweiligen steuerbordseitigen Fahrwasserrand fahren und sich dann da auch beim Begegnen einfach mit ihrer Backbordseite begegnen. Jetzt gibt es bestimmte Situationen, an denen das günstiger ist für bestimmte Fahrzeuge, dass ihnen an Steuerbord begegnet wird. Also vor allem bei kurvenreichen engen Fahrwassern kann das gegeben sein und das bedeutet dann, dass diese Fahrzeuge weiterfahren, aber das entgegenkommende Fahrzeug, das soll dann quasi an ihrer Steuerbordseite sie begegnen. Das gilt nicht für Kleinfahrzeuge, aber Kleinfahrzeuge sollten in so einer Situation immer besonders achtsam sein, da das andere Fahrzeug, das ja eine Begegnung an Steuerbord erwartet, unter Umständen anders fährt, als sie das von einem Fahrzeug erwarten würden, was nicht an Steuerbord begegnet werden möchte. Und diese Fahrzeuge führen tagsüber eine hellblaue Tafel mit einem weißen Rand und einem weißen Funkellicht an ihrer Steuerbordseite, also an der Seite, an der man ihnen begegnen soll. Und nachts führen sie auch einfach dieses Signal, allerdings sieht man dann halt nur das Funkellicht. Jetzt das Fahrzeug, das Taucher führt, das führt zu einer blau-weiße Flagge mit so einem eingeschnittenen Dreieck und nachts sollen diese Fahrzeuge ihre Flagge anleuchten. Und dann gibt es noch, wie angesprochen, das Vorrangschiff, also das Vorrang bei zum Beispiel Schleusen genießt, das führt zu einem roten Wimpel. Und dazu gibt es jetzt folgende Fragen. Was bedeuten diese Lichter? Nicht freifahrende Fähre. Was bedeuten diese Lichter? Freifahrende Fähre. Welches Fahrzeug führt die nachstehende Tagbezeichnung? Ein Fahrzeug, dem die zuständige Behörde einen Vorrang zur Durchfahrt durchstellen, an denen eine bestimmte Reihenfolge gilt, eingeräumt hat. Welches Fahrzeug führt am Bug einen roten Wimpel? Ein Fahrzeug mit Vorrang beim Schleusen. Ein Fahrzeug zeigt an der Steuerbordseite seines Ruderhauses eine blaue Tafel mit weißem Funkellicht. Welche Bedeutung hat dieses Zeichen? Fahrzeuge begegnen sich an Steuerbord. Dieses Zeichen gilt nicht für Kleinfahrzeuge, verpflichtet aber zu erhöhter Aufmerksamkeit. Und jetzt kommen wir schon zu den letzten Zeichen. Und auch wenn es dazu nicht mehr allzu viele Fragen gibt, möchte ich sie nochmal vorstellen. Und zwar zu den beiden Signalen, die man im Binnenbereich im Falle von Manövrierunfähigkeit oder im Falle von Notfällen, Notsituationen geben kann. Die unterscheiden sich auch stark zu denen aus dem Seebereich. Und zwar, wenn man manövrierunfähig ist, gibt man im Binnenbereich das Signal mit einer roten Flagge. Und zwar stellt sich dort dann jemand an Bord hin und schwenkt sie so im unteren Halbkreis hin und her. Also eine rote Flagge im unteren Halbkreis hin und her schwenken bedeutet manövrierunfähig. Und eine Stufe schlimmer, dass man also einen Notfall hat, eine Notsituation, dann schwenkt man diese rote Flagge in einem kompletten Kreis. Bei Nacht ist die Lichterführung ähnlich. Dort schwenkt man im Fall von Manövrierunfähigkeit ein rotes Licht im unteren Halbkreis. Wenn man nur einen Notfall hat, dann kann man ein weißes Licht im Kreis schwenken. Und wichtig ist, was auch in einer Frage jetzt vorkommt, wenn man manövrierunfähig ist, also entweder die rote Flagge oder das rote Licht im Halbkreis schwenkt, Was kann man alternativ noch machen? Das ist das Schallsignal, vier kurze Töne geben. Und dazu gibt es die folgende eine Frage. Welches optische Zeichen kann am Tage anstelle von vier kurzen Tönen gegeben werden, eine rote Flagge im unteren Halbkreis schwenken? So und jetzt will ich euch nochmal eine kurze Übersicht geben, was denn so die kniffligsten Unterscheidungen oder False Friends bei der Lichterführung und den Tagssignalen zwischen dem Binnen- und Seebereich sind. Über allem gibt es im Binnenbereich die sogenannten Kleinfahrzeuge unter 20 Meter, die sowieso allen anderen Fahrzeugen ausweichen müssen und die dann jeweils entweder unter Maschine oder unter Segel gewisse Vereinfachungen in der Lichterführung haben, aber dort dann keine bestimmten Längenunterschreitungen mehr aufweisen müssen, sobald sie erstmal als Kleinfahrzeuge gelten. Dann das zweite Toplicht, dass einzelfahrende Maschinenfahrzeuge ab einer bestimmten Länge führen müssen. Dort ist die Länge im Seebereich bei 50 Meter und im Binnenbereich bei 110 Metern. Also wenn man da auch für beide Scheine gleichzeitig lernt, muss man das im Kopf haben, hey, Seebereich ist etwas kürzer als im Binnenbereich. Dann der Schleppverband, der ist unterschiedlich, sowohl im Anhang als auch beim Schleppfahrzeug. Im Binnenbereich führt der Anhang weiße Rundumlichter und nur das letzte Fahrzeug an Hecklicht. Im Seebereich führen die Anhänge immer Seitenlichter und Hecklicht. Und bei den Tagssignalen führen die Fahrzeuge im Seebereich schwarze Rompen, im Binnenbereich das Zugfahrzeug, den gelben Kegel mit so schwarzen Rändern und dann die Anhänge gelbe Bälle. Zusätzlich dazu noch, dass im Seebereich ein weißes Hecklicht vom schleppenden Fahrzeug geführt wird. Und dann quasi dieser False Friend, den man verwechseln kann. Im Binnenbereich hat die Fähre dieselbe Lichterführung wie auf See ein trollender Fischer. Also auch da aufpassen, wenn ihr für die Scheine gleichzeitig lernt, dass ihr das nicht verwechselt. So, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonniert er mal gerne den Kanal, gebt dem Video einen Daumen hoch. Dann finden auch andere Leute das nützliche Video schneller. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie findet ihr das neue digitale Tafelbild und habt ihr noch Fragen zur Lichterführung, vor allem im Binnenbereich, dann gerne her damit in die Kommentare. Ich versuche immer alle Kommentare durchzulesen, zu beantworten und auch viel von eurem Input möglichst in meine Erstellung von den neuen Videos aufzunehmen. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal.